nein ach komm ach man da will man was ausprobieren und man schafft es nicht und ich will nicht wieder von da starten ich will einfach nicht mehr oh dieses spiel es ist einfach so ungnädig klaus ja du hast spaß ich sehe es schon warum macht man so eine speicherfunktion rein wenn die eh nutzlos ganz ehrlich hätte man die automatische speicherfunktion drin haben müssen fertig und reicht doch die speicher hat nämlich genau da wo man die checkpoints hat so 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 aber ich kenne jetzt den trick so 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 ich hasse schon allein diese stelle wegen dem hier so 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 ja ja Das war's. Oh Gott, das hat gespeichert. Ja. Was ist, wenn ich schnell speichere? Ach, egal. Wir schnell speichern jetzt. Dann hab ich halt ein Leben weniger. Egal. Muss ich da runter? Oh Gott. Oh Gott, 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 Hilfe. Ich traue dem Scheiß hier nicht. Nein, was bist du denn? Stimmt! Nein, was? Oh, nicht schon wieder sowas. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, 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 nö. Nein? Oh Gott. Da wäre mein Tod gewesen. Ich lösche dich gleich. Nein, 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 da ist ein E-Tank. Nein, 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 ach schon scheiß drauf. Wie will das haben? Äh, was? Schwachpunkt, bitte? Äh. Slashlaw. One Mother. Äh, was? Was? Äh, hallo? Chill! Hä, was? Aua, aua, aua. Was? Hey, hallo! Oh nein! Ich hab den gerade noch nicht verstanden, oh Gott. Ich, ich glaube, ich muss auf die Raketen. Aber der lässt mich ja nicht ausprobieren. Was zur Hölle? Oh. 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 Oh, komm! Aua. Oh, nein! Ach, komm, das ist so scheiße! Du musst schon nicht wirklich drauf springen, oder? Alter, was ist denn? Seh auf die Nase! Boah, der Pinz ist so scheiße! Was ist das für ein Typ? Ah! Ich hasse sowas! Ansonsten Junk Shield, aber... Ganz ehrlich, Slashclaw ist ein Beschiss gegen das Ding! Das macht vielleicht den meisten Schaden, aber wie soll man damit zur Nase? Boah! Dieser Hass ist real! Versuche ich es mal mit Junk Shield! Vielleicht komme ich nämlich da hoch! Ich lass mich noch mal mit Junk Shield! Ich kann mich nicht nur auf, schluck mal mit Junk Shield! Ich kann mich auch endlich auf, schluck mal mit Junk Shield! Ich weiß noch die Nase! Ich kann mich auch noch über die Nase! Ich kann mich auch gar nicht��� esos, aber ich kann mich selbst nicht überall aus. Ich kann mich nicht darauf achten! Ich kann mich auch gar nicht großartig! Nee, das ist scheiße. Alter, wie hässlich der ist. Boah, ich hasse Gegner, die auf und ab und dann hinter einem herlaufen. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus, Capcom? Wie soll ich denn so auf seine Nase? Nee, jetzt ernsthaft, wie soll das denn funktionieren? Ich stehe jetzt gleich ins Spiel! Ey, das geht doch gar nicht! Wie soll das funktionieren? Hä? Ich brauche ein Jetpack! Wie soll ich mir das scheiß Klor denn da an die Nase? Oh ja, komm genau nah hier! Du Pisser! Ja! Nein! 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 Wie? Oh Gott! Ach komm! Ey, das ist so unfair, der Gegner! Was ist denn falsch mit dem? Oh Mann! ach komm ja dann funktioniert das fliegt doch auch wie so nein nicht der laser schon ich hasse solche gegner nein ich doch jetzt schon wieder oh nein das schaffe ich doch niemals du sprich ich auch jedes mal in die arme ach komm nein ich springe auch noch drüber nein ich schlag daneben ach komm ey oh oh nein 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 okay jetzt hab ich das ist 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 das ist